Whisky Whisky also, 100 Jahre alter Whisky. Gibt's gar nicht. Diese Bar hier ist schon wirklich gut sortiert, aber das Älteste, was die haben, ist 30 Jahre alt. Älter als die Menschen, die ihn trinken. Zu der Zeit, als dieser Whisky gebrannt wurde, waren zum Teil noch nicht einmal deren Eltern geschlechtsreif. Ich sitze auf einer ledergepolsterten Bank, die hufeisenförmig einen Tisch aus dunklem Holz einfasst. Drei dieser Ensembles bilden die eine Seite des Raums. Hinter meinem Kopf, auf der Rückenlehne, steht ein senkrechtes Gitter aus Holzstreifen. Wie für Weinranken. Aber das Licht hier ist viel zu dunkel für Wein. Die Decke ist so niedrig, dass die meisten Gäste im Stehen daran fassen könnten, wenn sie wollten. Die Personage dieses Raums hält sich von meinem Sitzplatz unbewusst fern. Wie üblich. Man knubbelt sich vorne an der Bar, kostet es aus, sich beraten zu lassen, beziehungsweise schickert mit dem Barpersonal. Ein Mensch nur, ein Mann mit Hemd und Weste. Und ja, man unthält sich tatsächlich auch über das Alter des Whiskys. Irgendjemand bestellt einen 15-jährigen Islay Single Mold aus einem Quarter Cask Sherry Fass. Man lässt ihn herumgehen, schnuppert, genießt den Geruch und die Zeit, die man sich für das Genießen nimmt. Wenn du hier wärst, würde ich dich fragen, warum die Menschen so eine Faszination haben für Dinge, die schon vorbei sind. So wie das Brauen dieses Whiskys oder den Bau der Pyramiden, den letzten Krieg oder die Dinosaurier. Nein, vielleicht sind diese Dinge auch nicht interessant, weil sie vergangen sind, sondern weil sie so groß waren. Vielleicht haltet ihr euch daran fest, so wie Schiffe verteut werden an, naja, wie an größeren Schiffen. Wenn das andere Schiff groß genug ist, kommt es einem vielleicht so vor, als wäre es fest. Wenn du hier wärst, hättest du mich bestimmt schon irgendwann unterbrochen und meine Gedanken in eine andere Richtung gestupst. In eine, die ich nicht hatte kommen sehen. Ich glaube nicht, dass wir uns heute noch sehen werden. Vielleicht sehen wir uns auch wirklich erst wieder, wenn du stirbst. Aber trotzdem sitze ich hier gerade gerne. Ich sammle Dinge, die ich dir erzählen könnte, wenn wir uns einmal doch sehen. Obwohl wir dann bestimmt über ganz andere Dinge reden würden. Über Themen, die ich mir alleine nicht ausdenken kann. Meine Pause ist diesmal wirklich lang. Viele Tage. An einem Abend dann kommst du aber tatsächlich rein. Unter den Leuten, die sich an der Bar knubbeln, stehst du. Du bist schön angezogen und nervös. Die Herde, mit der du reingekommen bist, drei, vier Leute, geben dir Tequila aus, um dich abzulenken. Sie wollen auch eine Runde Mexikaner bestellen, aber der Barmann sagt, sowas habe er leider nicht. Schließlich kommt noch ein weiterer Mensch herein. Die Personen, um die es hier geht, anscheinend. Ich habe vorher schon gedacht, dass du mich in deiner heutigen Stimmung möglicherweise einfach nicht sehen kannst. So wie all die anderen auch. Jetzt bin ich sicher. Du siehst nicht einmal den Tequila-Shot vor dir auf der Theke. Du stößt ihn um. Er fließt dir über die Klamotte. Und dein Gegenmensch, der gerade reingekommen ist, nimmt eine kleine schwarze Cocktail-Serviette und tuft es von dir runter. Ich gehe raus. Draußen ist Samstag Nacht. Samstag Nacht tippt hier jemanden auf die Schulter, lächelt dort jemanden zu, flüstert einer Dritten ins Ohr, dass in noch einmal 30 Minuten bestimmt auch noch eine allerletzte Bahn fährt. Du brauchst das nicht zu checken. Und so weiter. Ich lege Samstag Nacht eine Hand auf die Schulter. Er dreht sich um. Oh, sagt er. Was machst du denn hier? Pause, sag ich. Und dann gucke ich mich noch einmal ruhig um. Der Geist schaut mich an, wartet auf das, was ich sagen will. Nicht lange und hinter uns kommt die Herde aus der Bar, jetzt zu fünft, auf dem Weg, um irgendwo tanzen zu gehen. Samstag Nacht erwidert einen zufälligen Blick aus der Gruppe. Ich schaue ihnen auch hinterher. Ich sage zu dem Geist. Und über mich sagen die Leute, ich sei grausam. Ach, Tod, sagt er. Jetzt stellst du dich schon ein bisschen an, oder? Ich meine, wenn du Pause machst, ist doch cool. Ich kann dir da links hinter der Unterführung eine Party empfehlen, wo du bestimmt super ankommst. Du brauchst eine Erscheinung. Mach mal, hm, blass, schmal, bisschen knochig vielleicht. Nein, 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 nicht so. Schon mit Haut. Blasse Haut halt. Ja, besser, viel besser. Und Haare? Schwarz, ein mini bisschen Farbe. So geht. Schwarze Klamotten, keine Kapuze. Enger, ja, bisschen silberner Schmuck vielleicht. Ein, zwei Piercings. Tattoos sind okay, aber nicht so Maori-Style. Ja, ja, perfekt. Du siehst super aus. Jetzt geh einfach da rein und sei ganz du selbst. Ach, und noch was. Schlepp mir bloß niemanden von den Kleinen da ab heute. Du machst Pause. Die schlafen heute alle schön beieinander. Und die wachen auch morgen brav wieder auf. Gelesen von Kami Rüther Ja.